Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Zum letzten Video auf diesem Kanal für dieses Jahr. Ihr hört, meine Stimme ist ziemlich angegriffen, aber heute Morgen geht es. Deswegen wollte ich schnell das Video für euch aufnehmen. Ich wollte einfach mal Dankeschön sagen für dieses Jahr. Für dieses geile Jahr. Für diese Kommen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle gut ins neue Jahr rutscht. Ich werde heute jetzt kein großes Special machen, sondern einfach nur Danke sagen und hoffen, dass wir im nächsten Jahr genauso weitermachen. Und bleibt alle gesund. Feiert mit den Leuten, wo ihr Bock drauf habt. Ich werde dieses Jahr das erste Mal seit Jahren nicht ins neue Jahr rein streamen. Weil das gesundheitlich einfach nicht klappt. Dafür werden wir uns vielleicht am ersten sehen. Ich hoffe doch. Auch unser Großprojekt, das soziale Jahr, endet heute. Für alle, die nochmal was Gutes zum Ende des Jahres tun möchten. Ich habe den Link zum Better Place Projekt unten reingemacht. Alles, was jetzt heute nochmal reinkommt, wird halt auf alle aufgeteilt. Und für jede Spende, die reinkommt, werde ich auch nochmal was drauflegen. Also wenn ihr noch was übrig habt, gerne. Gerne, gerne. Ja, ansonsten beginnen wir morgen ein neues Jahr zusammen. Viele neue Projekte. Ich arbeite schon an einigen Sachen, aber aufnehmen ist halt gerade groß nicht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und danke nochmal an meine Schwester für die Influencer zu Weihnachten. Gott sei Dank nicht so schlimm wie manch andere. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Guten Rutsch. Und wir sehen uns hoffentlich morgen frisch und Montag alle wieder. Und nochmal ein kleiner Disclaimer am Ende. Wenn du nichts verpassen möchtest im neuen Jahr. Abonnieren ist kostenlos. Würde mich sehr, sehr freuen. Also. Bis im neuen Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.